So, aber wir gehen jetzt auch gleich ins nächste Video und zwar schauen wir uns von Klängern das Video an, warum ist das auf Twitch erlaubt? Und das ist eine gute Frage, gehen wir da fragen mal auf den Grund. Heute geht es um ganz viel nackte Haut, ganz viel Geld und das hier. Und damit moin Leute, herzlich willkommen jetzt zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Das heutige Video ist für mich ein bisschen schwieriger, weil es um ein paar freizügige Themen geht und ich doch an manchen Stellen etwas zensieren muss, damit YouTube mir keinen Ärger macht und das Ganze immer noch werbefreundlich bleibt. Ihr werdet schon sehen, warum. Viele von euch erinnern sich bestimmt noch daran, dass Twitch vor einiger Zeit massive Probleme mit wenig Kleidung auf seiner Plattform hatte. In Hot Hubs. Wirklich? Wie hast du nur das erkannt? Der hätte ich jetzt nicht erkannt. Streams haben sich leicht bekleidete Damen in Whirlpools oder kleinen Planschbecken geräkelt, um möglichst viele Zuschauer zu gewinnen. Und sagen wir mal so, das hat ganz gut geklappt für die. Und einige haben sich natürlich gefragt, ey, warum ist das eigentlich erlaubt? Warum lässt Twitch das auf seiner Plattform überhaupt zu? Leicht bekleidet vielleicht schwierig, aber man geht ja nur mit Bademode bekleidet im Wasser schwimmen. Was soll man da schon groß machen? Dass diese Streams allerdings sehr, sehr erfolgreich und damit auch sehr, sehr präsent auf Twitch waren, fanden viele aus der Community aber gar nicht so cool. Also hat Twitch die Community-Richtlinien geändert. Twitch wollte damit eigentlich Klarheit schaffen, nachdem die Hot Tub-Streams so eine Aufregung waren. Was ist jetzt erlaubt? Was nicht? Warum? Warum nicht? Also gab es neue Regeln. Und diese Regeln wurden ein paar Tage später wieder zurückgenommen, weil das komplette Chaos ausgebrochen ist. Aber was ist da eigentlich genau passiert? Twitch hatte in seinen Regelungen gesagt, dass freizügiger Content jetzt erlaubt wäre, solange die Streamer keine sexuellen Gesten und Handlungen machten. Also solange es nicht explizit ist und in irgendeine Richtung geht, darfst du halt ein bisschen Haut zeigen. Und man musste das Ganze per Tag als Artistic Nudity kennzeichnen, damit direkt erkennbar ist, in welche Kategorie das gehört. Und durch diese Kategorisierung sind plötzlich die Zahlen in der Kategorie Kunst ziemlich explodiert. Und daraus ist die Top-Less-Meter entstanden, wie einiges auch bezeichnet haben. Man konnte also oberkörperfrei vor der Kamera setzen und durch einen geschickt gewählten Kamerawinkel hat man dann halt nichts Explizites gesehen. Das war halt eine Grauzone in den neuen Twitch-Regeln, die viel versucht haben auszunutzen und was zu solch merkwürdigen Sachen geführt hat. Ja, und offensichtlich haben durch diese neuen Regeln viele Streamerinnen ihre Leidenschaft für Kunst neu entdeckt. Die Regeln waren da, waren offensichtlich relativ klar, also haben einige Streamerinnen einfach Zensurbalken benutzt, um möglichst viel von dem Rest zeigen zu können. Und das offensichtlich ohne gegen die Regeln zu verstoßen. Es ist die ganze Zeit eigentlich nur ein Abtasten, wie viel Haut darf man noch zeigen, ohne gegen die Regeln zu verstoßen, ohne gebannt zu werden. Ja, und plötzlich hatten wir dann solche Sachen auf Twitch. Diese drei Frauen, die da sitzen, haben auf Twitch über 300.000 Stellt euch mal vor, ihr seid auf Twitch. Es gibt so viele Pornoseiten im Internet, aber ihr seid auf Twitch unterwegs. Eine Plattform, die ursprünglich fürs Gaming gemacht wurde, was erweitert wurde, was ich auch cool finde. Aber was soll das haben? Also so extrem habe ich das nicht mitbekommen, heftig. 800.000 und 900.000 Follower. Und alle diese drei Frauen haben einen eigenen OF-Account. Ich fände die Woche witzig. Den sie natürlich immer wieder bewerben. MorgPie, das ist die, die ganz rechts sitzt und auch für solche Sachen verantwortlich war, ist sogar auf anderen Erwachsenenseiten zu finden. Habe ich gelesen. Habe ich nicht selber gesehen, nur gelesen. Also wirklich, steht im Spiegel. Und die ist sowieso sehr kreativ, was die Auslegung der immer neuen Regeln angeht. Auch da kommen wir gleich noch zu, das werdet ihr auch sehen. Und ich finde gut, dass auch seriöse Streamer, wie zum Beispiel Kevin, sich ebenfalls an diesen wunderbaren Trends beteiligt haben. Was soll ich euch sagen? Neue fucking Meta, bro. Holy shit. Ja, die Kategorie Kunst war dann plötzlich voll mit leicht bekleideten Damen und ihren neuen Interessen an Kunst. Sodass die Kategorie dann plötzlich über 100.000 Live-Zuschauer gleichzeitig hatte, was ziemlich, ziemlich viel ist für Twitch. Und Twitch so, oh, scheiße, so war das ja gar nicht geplant. Mist. Also, aber das macht es nur schlimmer, weil sagen wir mal, ein Kind sollte kein Twitch haben, schafft Fortnite zum Beispiel. Und dann wird das vorgeschlagen, ja eben, das ist ja das, das ist ja das Dumme. Ich, also, ich finde ja pornografischen Inhalt nicht schlimm auf den richtigen Plattformen. Aber Twitch ist halt eine Plattform, die von Kindern geschaut wird, weil es da viel um Games geht. Minecraft wird da viel gestreamt, Fortnite wird da viel gestreamt, andere. Und dann wird einem zwischendrin sowas vorgeschlagen und ich finde, deshalb ist es da viel am Platz. Nicht, weil der Content an sich so super verwerflich ist, aber weil die Plattform einfach die falsche dafür ist. Hat man ganz schnell wieder zurückgerudert und die Regeländerungen wieder rückgängig gemacht. Deshalb nehmen wir ab heute die Änderungen zur künstlerischen Freizügigkeit zurück. In Zukunft werden Darstellungen von realer oder fiktiver Freizügigkeit auf Twitch nicht mehr erlaubt sein, egal in welchem Medium. Ja, dass das auch nicht so ganz geklappt hat, das werden wir auch noch sehen, denn wie gesagt, die Damen werden immer kreativer. Aber, dass Twitch ein Problem mit Sexualisierung hat, ist gar nichts Neues und mittlerweile sogar wissenschaftlich erwiesen. Spanische Forscherinnen haben nämlich eine Untersuchung zu diesem Thema gemacht und sind zu folgender Erkenntnis bei ihrer Studie gekommen. Unter Twitch-Streamerinnen gibt es einen Porfizierungstrend. Ach, da müssen wir wieder eine Menge piepen, ey. Dabei wurden 1920 Clips ausgewertet, die beliebtesten Videos aus den beliebtesten Kategorien innerhalb von zwei Monaten. Und dabei wurden Aspekte analysiert, wie Kleidung, sichtbare Körperteile, Fokus, Haltung, sexualisierte Verhaltensweisen. Also all das, was so indirekt in sowas reinfließt. Und obwohl deutlich mehr männliche als weibliche Creator erfasst wurden, gab es bei den Frauen viel mehr Selbst-Sexualisierung. Und das Ergebnis dabei war leider relativ eindeutig. Als Hypers-Sexualisiert wurden eingestuft zwei Männer und 389 Frauen. Das ist ein sehr großer, zahlenmäßiger Untertitel. Das ist heftig. Ich meine, klar, Sex sells und wenn die Frauen damit erfolgreich sind, kann ich schon verstehen, dass sie es machen. Aber ja, Twitch sollte dagegen echt härter vorgehen. Unterschied. Und vor allen Dingen halt in den Kategorien ASMR und Whirlpools. Wen hätte es gewundert? Und wenn man sich so die beliebtesten Clips anguckt, findet man haufenweise Zeug, bei dem man genau weiß, warum es unter den beliebtesten Clips gelandet ist. Einige der meistgesehenen Clips der vergangenen Woche zeigen eine Streamerin, die sich in einem knappen Bikini auf einer Art vibrierendem Balanceboard durchschütteln lässt. Und eine Streamerin, die auf einem durchsichtigen Stuhl sitzt, unter dem eine Kamera platziert ist. Ja, das nenne ich mal Qualitätscontent. Warum sind diese Clips nur so beliebt? Ja, leider habe ich die... Boah, ich habe gerade das Fenster gekippt und es kommt gerade so ein richtiger Schwall Sommerregenluft rein. Kennt ihr das? Also, klar kennt ihr das, aber liebt ihr das auch so? Dieser Geruch von Sommerregen. Die aber nicht gefunden für euch. So ein Mist aber auch. Ich finde es sehr schade. Aber warum ist das eigentlich so? Twitch ab 16 machen mindestens. Ich finde, das ist nicht die Lösung. Ich finde, Twitch muss keine Plattform sein, die erst ab 16 ist. Es muss nur gewisser Content geregelt sein. Aber es gibt super coolen Content auch für jüngere Leute. Fortnite, Minecraft und so weiter und so fort. Außerdem kannst du auch Twitch schauen, ohne einen Account zu haben. Aber ja, also ich finde, ab 16 müsste es nicht sein. Kann schon ab 13 sein. Muss halt nur besser geregelt sein. So eine Kinderabteilung wie bei Netflix? Nee, aber warum denn? Also du kannst deinen Stream ja ab 18 kennzeichnen. Das kannst du ja machen. Wenn du ein Streamer bist, kannst du, musst du selbst einschätzen, hey, ist mein Stream für unter 18-Jährige geeignet oder nicht? Und je nachdem wird dein Stream dann gekennzeichnet. Mit einer Altersstufe, die das eben schauen kann. Aber ich finde, da sollte es keine Kategorien geben wie bei Netflix, dass du einen Kinder-Modus reinmachst und im Erwachsenen-Modus gibt es dann die pornografischen Inhalte. Ich finde, auf Twitch haben die gar nichts verloren. Die gehören einfach nicht auf Twitch. Geht doch auf eine andere Plattform. Es gehört einfach nicht auf Twitch. Warum hat Twitch so ein Problem damit? Und warum machen so viele Leute solchen Content auf Twitch? Und es gibt eigentlich einen großen Grund dafür, weil es halt funktioniert. Weil man mit nackter Haut oft halt deutlich mehr Zuschauer bekommt, zumindest in einer gewissen Zielgruppe. Vielen geht es halt dabei einfach nur um Profit. Mehr Zuschauer, mehr Reichweite, mehr Werbung, mehr Geld. Ich mag Moneten. Und dann sagen halt einige, ja gut, wenn es halt so einfach ist und funktioniert, dann mache ich das halt. Denn eins muss man dabei verstehen. Für diese Damen ist Twitch auch nur eine Werbeplattform. Einige nutzen Twitch nur dafür, um Reichweite aufzubauen, bekannter zu werden und mehr Zuschauer zu gewinnen. Denn eigentlich verdienen die ihr Geld auf anderen Plattformen, wo man gegen Geld ein Abo abschließen kann, um leicht bekleidete Fotos von den Damen sehen zu können. Dort gibt es aber ein Überangebot an Damen, die sowas anbieten. Deshalb muss man am besten sich erstmal eine Fanbase aufbauen, die dann auch bereit ist, sich diese ganzen Abos zu kaufen. Und das geht auf Twitch offensichtlich deutlich einfacher als sonst irgendwo im Internet. Vielleicht auch, weil einige Zuschauer auf Twitch relativ anfällig für solchen Content sind und sich sowas halt gerne angucken. Und wenn man dort viele Zuschauer gewonnen hat und die immer wieder angelockt hat, mit viel Haut und wenig Kleidung, sind ein... Ah, schon irgendwie komisch. Ich kann Prime ohne Account nicht schauen. Ich kann Netflix ohne Account nicht schauen. Ich kann jeglichen anderen Streamingdiensten ohne Account nicht schauen. Twitch schon. Ja, aber Twitch ist ja auch kostenlos. Du kannst ja alles ohne Account schauen, wenn es kostenlos ist. Netflix und Co. dafür musst du monatlich zahlen. Natürlich kannst du für Twitch auch für den jeweiligen Streamer monatlich Geld ausgeben. Musst du aber nicht. Du kannst, egal ob du angemeldet bist oder nicht, diese Plattform umsonst benutzen. So kannst du auch bei jeder... Bei YouTube kannst du auch ohne Account schauen. Bei der ZDF ARD Mediathek kannst du auch umsonst angucken. Fernsehen kannst du auch umsonst. So musst du dich nicht anmelden. TikTok genauso. Kick genauso. Ja, ja. Also alles, was kostenlos ist, kannst du auch ohne Account angucken. Aber Netflix, Prime und Co. Dafür musst du monatlich zahlen. Sonst musst du dich auch anmelden. Weil du deine Kontaktdaten und deine Bankdaten... Ähm... Ja gut, man hat den GZ-Account, Joe. Einige davon durchaus bereit, Geld dafür zu bezahlen, auch den Rest des Körpers ohne Kleidung sehen zu können. Ja, man hat die quasi angeteast und hungrig gemacht und natürlich gibt es auch ein Angebot dafür, wenn ihr das haben wollt, gegen kleines Geld auf der anderen Plattform. Die vielleicht erfolgreichste auf dem Gebiet ist die Streamerin Amurant. Die ist mit 3,6 Millionen Followern sowieso eine der größten Streamerinnen auf Twitch. Und ihr kennt sie vielleicht, das ist nämlich die nette Dame aus dem Pferde-Clip. Die ist vor allen Dingen auch durch Hot Tub-Streams bekannt geworden und bewirbt auch immer wieder indirekt ihren OF-Account, auf dem man ein Abo abschließen kann. Vor einiger Zeit hat sie dort mal ihre Einnahmen veröffentlicht und offensichtlich lohnt sich dieses ganze Geschäftsmodell von Twitch-Fanbase aufbauen und dann umleiten auf die andere Plattform. Die muss so reißen mittlerweile, ich glaube, also die muss ja echt auch schon ausgesorgt haben, oder? Ziemlich, ziemlich doll. Denn sie hat gezeigt, dass sie mit dieser Plattform seit 2020 57 Millionen Dollar verdient hat. Okay, die Frage hat sich erledigt. Haha. Äh, heftig. Heftig. Holy shit, das sind über 14 Millionen Dollar pro Jahr. Dieses Konzept lohnt sich offensichtlich so viel mehr als Twitch, vielleicht sollte ich auch einfach umschulen. Das zeigt aber, wie gut diese ganze Masche funktioniert, Leute da anzulocken und die dann dazu bringen, da Geld für auszugeben. 57 Millionen. Sheesh. Der CEO von Twitch hat sich mittlerweile auch zu diesen Damen geäußert, die diesem Geschäftsmodell nachgehen und hat gesagt, ach, die tun doch keinem weh. Das ist der CEO von Twitch. ...anzulocken und die dann dazu bringen, da Geld für auszugeben. 57 Millionen. ...die diesem Geschäftsmodell nachgehen und hat gesagt, ach. Das ist der CEO von Twitch. Krass, den hab ich mir ganz anders vorgestellt. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich wär ganz anders vorgestellt. Du kennst Dan Clancy nicht? Nein. Ja, der streamt auch ab und so. Was? Ja, wild. Das wusste ich nicht. Witzig. Die tun doch keinem weh. Und ja, hat er ja prinzipiell erstmal recht mit. Aber ... Der war schon ein paar Mal bei Ronny Berger und Lola im Stream. Was? Krass. Doch. Diesen Damen geht es ja überhaupt nicht darum, zu zocken, gemeinsam was mit der Community zu machen, kreative Projekte umzusetzen, also all das, was man eigentlich auf Twitch machen möchte. Die möchten halt einfach nur möglichst viel Reichweite, um ihren OF-Account bewerben zu können. Wenn das nicht auf Twitch gehen würde, wären die ... Hier, warte, muss ich ganz kurz anklicken. Hello, hello, hello. Crazy. Der hat gar nicht so viele Follower. Der hat ... also ... Hätte ich irgendwie gedacht, dass er mehr hat? Was ein Noob. Die sind auch nicht da. Und dadurch sorgen die auf dieser Plattform für so ein Schmuddel-Image, was die anderen Creator eigentlich gar nicht haben wollen. Weil man halt als erfolgreicher Streamer neben diesen Sachen angezeigt wird und direkt damit in Kontakt steht. Und das macht das Ganze irgendwie halt so ein bisschen weird. Und wenn Eltern dann schauen, hm, was guckt sich denn mein Kind da im Internet an? Dann sieht man halt neben einem Trimax oder einem Gronkh auch solche Sachen, die sehr präsent auf der Plattform sind, weil ... Danke, danke, Chit. Den holst du noch ein. Vielleicht, vielleicht. ... hat sie halt viele Zuschauer bekommen. Ach, was sieht sich mein Sohnemann denn da an? I think I saw, we're gonna do something crazy. Meine Mom denkt sich, du ... Sohn. Ja, das denkt sie wahrscheinlich. Und sowas ist natürlich nicht förderlich für ein positives Image der anderen Twitch-Streamer. Aber, und deswegen ist das vielleicht auch der Grund, warum Twitch da relativ wenig gegen macht, es bringt Twitch natürlich einen Haufen Geld ein. Weil Twitch natürlich an jedem Zuschauer, der sich da Werbung anguckt oder einen Sub abschließt ... Das denke ich nämlich auch. Das wird einfach nur eine Geldsache sein. Das bringt denen so viel Geld ein. Äh, warum sollten sie es von der Plattform bannen? ...mitverdient. Und ich meine, ey, bei 6,3 Millionen Followern kommt dabei schon einiges bei rum. Trotzdem sind solche Kontroversen ja nicht gut für die allgemeine Außenwahrnehmung von Twitch. Deshalb wurden am 29. März dieses Jahr wieder die Richtlinien geändert und angepasst. Sie verbietet Inhalte, die sich für einen längeren Zeitraum auf bekleidete, intime Körperteile wie Hintern, Schritt oder Brüder fokussieren. Also wurden die Damen wieder kreativ. MorgPie, ihr kennt sie von vorhin, hatte nämlich eine besonders kreative Idee. Sie hat nämlich ihren Hintern als Greenscreen-Leinwand benutzt und darauf Fortnite gestreamt. Was, Bruder? Also, man muss ... Okay, das ist krass kreativ. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Also, das ist schon ein bisschen funny. Kreativ. Kreativ sind sie. Es ist schon irgendwie eine Kunst, immer wieder Content zu schaffen, der gerade eben so noch im Graubereich und nicht verboten ist. Es ist also ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel zwischen ... Wie viel bleibt dem Streamer von den 3,99? Ein Euro circa. Also, es ist 50-50, du bekommst 50 Prozent, Twitch bekommt 50 Prozent und dann muss das ja auch noch versteuert werden. Also, es bleibt nicht viel beim Streamer. Ich finde auch, dass Twitch zu viel nimmt. Also, 50-50 finde ich auch ein bisschen hart. Ähm, dafür, dass Twitch ... Also, ja, ich finde 50-50-Aufteilung finde ich schon krass. ... Twitch und diesen Streamer. Dann ist OnlyFans weiter effektiver. Ja, vielleicht sollte ich wechseln. Vielleicht, vielleicht, vielleicht stream ich einfach auf OnlyFans. ... drin, was ist erlaubt, wer passt die Regeln wieder an, was kann man gerade noch so machen, wie viel Haut darf man zeigen, ohne dass man gebannt wird. Twitch hampelt seit Jahren mit diesem Problem rum und irgendwie kriegen sie es nicht gebacken. Weil es viele Leute halt auch missbrauchen wollen, weil es für deren Geschäftsmodell halt lukrativ ist, Leute mit wenig Haut anzulocken. Eigentlich geht es bei Twitch ja ums Gaming und gemeinsame Chillen mit der Community. Und deshalb ist es auch so ätzend für einige Leute, wenn sie immer wieder neben solchen Leuten auf der gleichen Plattform auftauchen. Und fürs Image und Bild nach außen ist das halt nicht so geil, und ich check, dass einige sagen, ja, eigentlich ist das jetzt nicht Teil unserer Community. Aber Twitch ändert halt lieber ständig irgendwie halbherzig ihre Richtlinien, anstatt konsequent dagegen vorzugehen. Also, irgendwie hat man das Gefühl, so ein bisschen wollen sie die Damen schon auf ihrer Plattform halten, weil es sich für Twitch halt auch lohnt. Ich meine, andere Plattformen schaffen es auch konsequenter, gegen sowas vorzugehen und dann durchzugreifen, wenn man das möchte. Und durch diese ständigen Regeländerungen ist es immer wieder auch sehr verwirrend zu verstehen, was ist jetzt eigentlich erlaubt und was nicht. Twitch ändert halt auch ständig seine Regeln, weil die auch irgendwie ein bisschen überfordert damit sind. Und diese Regeln sind oft auch sehr subjektiv anwendbar. Eigentlich müsste eine Regel klar sein. Da ist die Frage nur, ja oder nein. Aber in dem Fall ist es immer so, ja, man kann das so interpretieren oder so. Und das ist kein... Was gute Abos bringt, ist für jedes Abo zwei Jumping Jacks zu machen. Sowas will ich mal machen. Also, ich hab voll Bock. Das hab ich letztens auch gesehen. Da ist eine Streamerin, die ich so super cool und süß finde. Die hat so einen Laufband und die ist halt... Ich hätte so gerne... Also, zwei Sachen, zwei Wünsche will ich mir irgendwann mal noch erfüllen. Die sind halt auch kostspieliger, aber will ich mir erfüllen. Das ist ein Tisch, der endlich hochfährt. Also, dass ich hochfahren kann, dass ich auch stehen kann mal während dem Streamen. Und dann so ein Laufband. Und dann zu sagen, so pro Sub geh ich fünf Minuten länger oder so. Da... Darauf hab ich richtig Bock. Und dann will ich nochmal irgendwie so ein Special machen. Dass ich halt irgendwie sowas sage, so für einen Sub mach ich das und das. Also nicht, dass ich mich irgendwie zum Deppen machen will, aber dass es halt irgendwie lustig ist. Aber das mit dem Gehen, da hätte ich voll Bock drauf. Dass man dann auch irgendwie sagt, zum Beispiel mal Velo, während man läuft, während man geht. Man geht fünf Minuten für so und so viele Subs und so. Da hatte ich schon richtig Bock. Für jeden Fall habt ihr der Tisch einen Zentimeter höher oder sowas. Ich weiß nicht, sowas Lustiges einfach. Das... Ja, darauf hab ich voll Bock. Irgendwann, wenn ich einen hochfahrbaren Tisch hab, dann mach ich das und ein Laufband. Eine gute Grundlage für eine Regel, wenn man das Gefühl hat, es wird mit zwei Lamas gemessen und es kommt darauf an, welcher Twitch-Mitarbeiter jetzt hier darüber entscheiden muss, wie die Regel angewandt wird. Es gibt einige Vorschläge aus der Community, wie man mit sowas umgehen könnte. Zum Beispiel, dass solche Sachen nur noch für Accounts ab 18 zugänglich gemacht werden. Man bräuchte dann zum Beispiel dafür einen verifizierten Account ab 18 Jahren. Aber sind wir mal ehrlich, auch wenn man nicht 18 ist, schafft man es bestimmt, sich diese Sachen trotzdem anzugucken. Ja. Ich bin bei manchen Accounts auch 137 Jahre alt. Hat auch keiner was gesagt. Guinness-Buch hat noch nicht angeklopft. Aber durch solche Regelungen wäre es zumindest schwieriger, daran zu kommen und man hätte eine gewisse Hürde, die man dann auch erstmal nehmen muss. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich diese Damen sonst noch in Zukunft ausdenken werden, um die Regeln möglichst frei biegen zu können. Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu der Sache. Sagt ihr, ey, das ist so nervig, sowas ständig auf Twitch angezeigt zu bekommen? Oder sagt ihr euch, ey, komm, es gibt Schlimmeres. Sollen die machen? Was soll's? Also es gibt auf jeden Fall Schlimmeres, ähm, als der Content of Twitch, äh, dieser sexualisierte Content. Trotzdem, finde ich, hat er da einfach nichts zu suchen. Es gibt andere Plattformen. Ich kann's den Frauen nicht übel nehmen, weil die nutzen halt auch einfach nur ein System zu ihren Gunsten aus, das halt einfach, äh, wegschaut. Ähm, aber ich finde, Twitch sollte da ein bisschen härter einfach durchgreifen, weil Twitch nicht die Plattform für so eine Art von Content ist. Das findet ihr so auch gut und gehört genau zu denen, die sowas richtig feiern. Noch nie hat jemand bei bis über 18 Nein angekreuzt. Doch, ich hab das früher schon ab und zu gemacht. Wenn, nicht immer, aber manchmal hatte ich dann schlecht zu gewissen, und manchmal so, hm, okay, nein. Gerne, eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich geh jetzt auf Twitch meinen Verlauf löschen, weil da ist zu viel Shit jetzt nach dieser Recherche drin. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.